Verehrte Zuschauer, liebe Elliot Waver und Freunde, hier spricht der Frank Schuh von Elliot Waver Live mit einer weiteren Analyse im Gold. Und bevor ich jetzt hier Ihnen das größere Bild zeige, einmal kurz, das ist die Analyse von letzte Woche Mittwoch oder Donnerstag. Oder habe ich es Freitag gemacht? Ich habe es vergessen. Auch von letzter Woche auf jeden Fall. Und auch hier diese Analyse, lediglich muss ich das hier ein bisschen nach rechts schieben, die ist voll on track. Das heißt, die trifft exakt zu. Das heißt, der vorausgesagte Abschwung im Gold, der findet gerade statt. Wir sind hier in der Welle 3 und wie gesagt, ich muss das hier mal etwas nach rechts schieben, muss die 4 ein bisschen verschieben. Das war es dann aber auch schon. Ja doch, die 2 natürlich auch noch ein Stückchen. Also lediglich auf der Zeitachse. Ansonsten eine hundertprozentige Analyse und das wollte ich noch kurz vorher zeigen. Ich zeige Ihnen jetzt das große Bild. Dazu gehe ich als allererstes mal in den Tagesschart. Wir haben hier unten eine Welle 4 beendet bei 1614 und sind seither in einer doch relativ großen Welle 5. Weil das hier ist schon ein großer Count. Das ist ein Primary Count, der ist schon ziemlich groß. Danach kommt ein Cycle und ein Super Cycle. Hier sehen wir innerhalb dieser Welle 5 die untergeordnete 5er Bewegung. Und da sind wir hier in dieser Welle 3. Beziehungsweise, ich habe mich jetzt gerade vertan, von der 5 sind wir hier in der 1 der 5, nicht in der 3 der 5. Das heißt, wir sind tatsächlich hier in der 1 der Welle 5, innerhalb der Welle 1 in der 3. Und innerhalb der 3 sind wir gerade dabei, unten eine 2 zu machen. Die schauen wir uns aber lieber gleich an. Ich wollte Ihnen erstmal diese Marker hier zeigen, damit Sie sich die bei Bedarf notieren können. Und jetzt ist wichtig, hier oben festzuhalten, das Ziel der Welle 3 bei mindestens 2156. Das heißt, wir werden auch hier wieder ein neues Allzeithoch machen. Und dann einen kurzen Verschnaufer in der Welle 4. Jetzt gehe ich in den Stundenchart und schauen wir uns nur noch das hier an, was jetzt von Relevanz ist für uns. Und hier die Welle 3, die Welle 4. Wir sind hier in der Welle 5. Da kann man jetzt natürlich nochmal eine Impulswelle reinsetzen. Die würde dann so aussehen. So in etwa. Dann beenden wir anschließend hier diese Welle 3 bei ca. 1919. Die darf aber auch andere Ausdehnungen haben. Das müssen Sie bitte beachten. Dann gehen wir anschließend hier hoch in diese 4 bei 1968 und nochmal runter, um die Welle 2 hier bei 1898 oder bei einem anderen Retracement dieser Welle zu beenden. Okay. So weit zum Gold. Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich über Ihren Daumen nach oben und Ihren Kommentar und Ihre Meinung. Geben Sie mal Ihre Einschätzung ab. Der Frank Schuh von Elliot Weber live.